kommen zurück Let's Play Orksmas Day die wiedergut nachdem die letzte Runde ja nicht ganz so gut gelaufen ist Ach ne Weberin bekommen sie vereinte das Beste und das Schlimmste des Ordens in sich Brillant wunderschön und tödlich Kam es überraschend, dass sie den Orden vor langem verließ um durch die Spalte zu entkommen und sich ihr eigenes Königreich zu erschaffen? Sie hat sich die Horde untertan gemacht und kehrt nun zurück, um dem Orden eine Lektion über Demut und Unterordnung zu erteilen Aber sie wird sich noch wundern Mein Lehrling ist nicht empfänglich für Lektionen Ich kann es uns beiden leichter machen Warum öffnest du mir nicht die Tür zu deinem Verstand? Naja, vor allem weil du echt arrogant bist und dich anhörst wie ein Geschichtsbuch Ich hätte mir denken können, dass du mal beim Orden warst Du klingst wie der alte Mann nur weiblicher und hübscher Ungezogenes Kind Dein Wille mag stark sein, aber ich werde ihn brechen Ja, scheiße Da kommt eine ganze Menge Menge auf uns zu Was kann die uns denn geben? Spielern läuft Was ist gut, schneller Kopfschüsse, das ist auch gut und mehr Schaden Okay Ja Das sind Wenn ich Orks töte, stehen die manchmal wieder auf und helfen mir Spalte erhalten Oh ja Ja Dann nehme ich die mal Wissen ist Macht Das kostet noch viel Das wird euch helfen Äh Ob, Goblin Schamane Ob, wird denn hoch? Erweckt tot die Gegner wieder zum Leben Äh? Scheiße Oga Oh, Knäu-Jäger Also das schlimmste sind Knäu-Jäger glaube ich In diesem Level So, so So, so So, so Oh, ich kann bringen hier glaube ich gar nix So Nehme ich mit Hehehe Für diese Level brauche ich das glaube ich Das ist es nicht schaffbar ohne Exeter Zeugs Eigentlich wollte ich das nicht, aber bevor ich das nun überhaupt nicht schaffe Hahaha Ja oder ich hole mir lieber was von einer Weberer noch Hehehe Hehehe die richten erlaubten es könnte das weicht nicht zurück viel laufen brauche ich mir erst mal nicht ja gut ich mich richtig daran erinnert oben in dem Ding darum sieht man das ist diese Tür ist die anderen noch als Türen dargestellt sind als gebrochenes Ding da sind die ersten Kamanenteile so eine blöde Kiecher sind schnell nur noch zu töten die machen einfach Toten wieder zum Leben gut wenn die Toten verbrannt sind könnt ihr die auch nicht überleben dann Mensch das war aber schon knapp okay die Komponenten sch die die wir haben die 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 das kommt nicht so vor als wenn ein Armbrust schon zu viel ausmacht aber es ist echt schlimm, weil man dann nicht richtig stehen bleiben kann äh ohne stehen bleiben kann man nicht richtig zielen die greifen mich wenigstens nicht an die Küche die warten dann einfach bis sie wieder bei dem Kampf das ist auch nicht bei allen möglich, deswegen ok, noch eine Runde nur von hier, das ist sehr sehr gut ich stelle da einfach noch ein oh ne, jetzt kommt schon der Erste oh, der Erste? Zwei Stück weit ok, da war die Karte noch nicht von hier ich hoffe, die können die Neujäger nicht noch krass komm, schieß ok, allen haben wir schon ach, die laufen auch rein, scheiße, ich hab grad nicht auf die geachtet das war ja aller Zeiten ich dachte, wir nehmen nur wieder Kackel ah, es gibt ja auch nichts keine Waffe, die irgendwie alles abdeckt, oder? ok, hier kann ich Bogen Schütze platzieren bereit, ich meine, ich sehe den Arm ok, hier ok, hier nennen wir ein Segen, nennen wir ein Segen bei dem anderen, hier ist nicht so gut mit Bogen Schütze wegen hochschießen und so ach du Scheiße, jetzt kommen die von den anderen beiden Seiten ich hoffe, die kommen nicht aus reinigen schwere Mission wenig Gegner aber schwere ich war los aber ich bin ein Segen du kannst den Ange auf dieemste wegknifeln dass wirst komm hier noch mehr Bogen Stütze hin ich ach scheiße, jetzt werde ich hier noch raus oder die dann geh ich hier rüber und helfe da Ich muss gleich kotzen! Ganz genau! So, hier kann ich ein paar Ladin hinstellen. Oder drei. Ihr seid besser als ihr aussehen. So, ich bin nicht so. Bitte, young kid! Bereit zu dienen! Okay. Okay, aber aus der Mitte kommen sie wenigstens. Das ist mir momentan noch nicht. Was für eine Sauerei! Ich werde noch immer auf die Kinder da umschießen. Vielleicht bringt er was. Bitte einmal durchleschen! Oh, scheiße! Wo denn? Kann ich nur wieder drüben sein. So viele werden aufgefahren sein. Ein Kodenschütze ist gefallen! Schon wieder! Das war doch der Spalt! Ach! Jetzt ist einer an mir vorbeigelaufen oder was? Jetzt. Hier, du kannst noch ein bisschen, genau. Nein! Da rüber. Und dann bleibst du da. Gehst du auch mal da rüber? Ja, ja, ja. Da. Ich glaube, ich werde halt ein Nabel. So, ich glaube, die gehen immer zu ihrem Dingspunkt zurück. So. Das will ich mir auf jeden Fall erstmal kaufen. Nee, äh. Das ist noch davon zufrieden. Das ist auch so. Eine gute Wahl. Das ist auch so. Eine gute Wahl. Und dann kaufe ich einfach für hier noch weiter. Und dann schützen. Nenn mir ein Ziel. Nenn mir ein Ziel. Nenn mir ein Ziel. Doppel! Zoll! Doppel! Wir haben noch mal da rüber. Wir haben noch ein bisschen Eingang. Doppel! 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 das ist ich glaube dass gewinnen wird sicherlich natürlich nicht sein Guck mal, das ging doch, das ging doch. Oh, leid, ich bin da. Ja, da war richtig viel Bock. Okay, hier kommt der Rentsch in der Rolle. Oh, hier kommt der Rentsch in der Rolle. Letzte Runde, sehr gut. So, dann kann ich mir das noch vorn. Das kann man nur noch sagen. Gebt auf euch Acht. Dann brauche ich mir noch andere Dinge hin. Ja, hier. Habt ihr den Okay. das heißt es fällt mir jetzt nicht ein Prozent Prozent m ich kann es nicht mehr da einhören da einhören und schuss ich bin noch mal was wir haben neben uns so doch scheiße die sind echt böse So viel durcheinander Die letzte Runde hat uns jetzt nochmal alles genommen 2 nur Ach jetzt komm Bis zur letzten Runde hat uns das gut geschafft Scheiße Meine Leiste 5,4,3,2 Egal, Hauptsache wir schaffen es durch Egal, gibt es doch gar nicht so eine Kacke Die Pforte kommt als nächstes Schon wieder kein neues Ding Noch eine neue Wehung oder was Egal, das haben wir erst mal geschafft Dann danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat Gebt einen Daumen hoch Ansonsten schreibt es in die Kommentare Und ja, dann bis zum nächsten Mal